Da ist schon wieder einer. Ich frage mich, wie viele das sind. Mir aufgehört mit Zellen. Das ist ein gewaltiger fliegender Steine-Sturm. Ja, ganz ohne Frage. Alles in Ordnung, Ruby? Oh, Entschuldigung, ich hatte gerade so ein komisches Gefühl wie eine Erinnerung. Aber ich erinnere mich nicht, ob ich mich daran erinnere oder nicht. Seht mal, jetzt kommt ein ganz großer runter. Das war's wohl mit den fliegenden Steinen, Ruby. Das hoffe ich, Chomper, das hoffe ich. Ihr seht müde aus, Kinder. Ihr habt euch wohl die ganze Nacht lang die fliegenden Steine angesehen, was? Ja, gerne mal das sehen wir. Ich denke, heute Nacht wird es noch mehr fliegende Steine geben. Noch mehr fliegende Steine? So ist es. Deshalb nennt man sie auch die Nächte der fliegenden Steine. Was? Die Nächte der fliegenden Steine? Hä? Ja, genau, Kinder. Und das aus gutem Grund. Das Schauspiel, das ich meine, sieht man nicht jeden Tag. Am Himmel fliegen Steine, was ich sehr gerne mag. Ein jeder kann sie sehen. Die Nacht wird leuchtend hell. Deshalb müsst ihr nicht ängstlich sein. Das vergeht wieder schnell. Seht's euch an. Sie ziehen ihre Bahn. Seht's euch an. Nächtelang leuchten sie dann. Seht's euch an. Man sieht sie dann und ran. So ein, zwei Nächte oder drei. Dann ist es vorbei. Dann vorbei. Ach ja, ich, ich erinnere mich. Ich hab die Nächte der fliegenden Steine schon einmal erlebt. Ach ja? Ja, ich war noch ein Nestling und lebte im geheimnisvollen Jenseits. Ich habe meine Mama gesucht. Mami? Mami? Ruby, wo bist du denn nur? Sie kann nicht weit weg sein. Wenn ja nun etwas passiert ist. Wir finden sie. Ruby! Mami, wo warst du denn? Ich hab dich gesucht, aber ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich konnte dich auch nicht finden. Aber ich verspreche dir, dass das nie wieder geschieht, mein Kleines. Wenn wir das zerklüftete Tal passieren, kommen wir zu einer Felshöhle, in der du sicher bist. Und wenn so etwas nochmal passieren sollte, dann läufst du sofort hierher und ich mach dasselbe. Aha, so können wir uns nicht verlieren. In der nächsten Nacht gab es noch mehr fliegende Steine und wir waren alle zusammen in der Felshöhle. Und jetzt passiert es wieder. Das heißt, ich muss zu dieser Felshöhle zurückkehren. Nicht jetzt, Ruby. Wenn die fliegenden Steine im geheimnisvollen Jenseits aufschlagen, können sie ein Feuer verursachen. Feuer? Im geheimnisvollen Jenseits gibt es nicht so viel Wasser wie hier bei uns. Ein Feuer kann dort sehr gefährlich sein. Aber wenn es gefährlich ist, dann findet meine Familie in der Felshöhle Schutz. Ich muss hingehen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Das viel zu gefährlich, Ruby. Petri hat recht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Oh ja, oh ja. Ich denke, ich muss ein bisschen nachdenken an meinem Nachdenkungsplätzchen. Ich weiß, es kann gefährlich sein, wenn ich gehe. Aber ich werde mich nie wohlfühlen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Ha-Hallo. Ist da jemand? Oder bin ich ganz allein? Du bist nicht allein Oh nein, nein, nein Daki, du hättest nicht den weiten Weg herkommen sollen Und da noch ganz allein Aber ich bin nicht allein Ich war bei deinem Nachdenkungsplätzchen, aber da warst du nicht Also bin ich deiner Spur mit meiner Schnüffelnase gefolgt Du hättest uns sagen müssen, dass du weg gehst Wir möchten dir doch helfen Aber ich muss mich beeilen und ich bin am schnellsten, wenn ich allein bin Rubius ist zu gefährlich allein zu gehen, ja das ist es, das ist es Also kommen wir mit dir mit Aber ich möchte nicht, dass meinen Freunden etwas passiert, weil sie mir helfen wollen Dann wird mir nichts passieren und dir wird nichts passieren Und uns allen wird nichts passieren, weil wir zusammen sind Also ich finde, das klingt logisch Hä? Äh? 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 Komm, Freunde, wenn ihr mit mir mitkommen wollt, dann müsst ihr schneller mitkommen. Wir machen ja schon, so schnell wie wir können. Oh ja, oh ja. Hm, diese verbrannten Bogen. Die Räume verbrannten, als ich das letzte Mal hier war. Sind wir bald endlich bei deiner Höhle? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle war, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch schon sehr lange her. Da warst du noch viel kleinerer als jetzt. Naja, aber wir kommen garantiert nicht an, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Da lang! Hm, also mir kommt dieser Ort irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass wir im Kreis gegangen sind. Es wird bald dunkel, Ruby. Dann müssen wir uns beeilen. Und wenn die Höhle bei Licht schwer zu finden ist, dann ist sie im Dunkeln noch schwerer zu finden. Vielleicht hilft dir ja eine kleine Pause, dich etwas besser zu erinnern. Nein, ich werde weitersuchen. So lange, bis mir die Augen zufallen. Meister Blattnase hatte recht. Auch in dieser Nacht kommen die fliegenden Steine wieder. Also im geheimnisvollen Jenseits sehen sie gar nicht so gefährlich aus. Siehst du die da, Spiky? Spiky? Wo ist der denn hin? Spiky? Spike, wo steckst du? Hey, Spiky! Komm zurück! Ist zu laut! Schhh! Ich hab mir Sorgen um dich gemacht, Spiky. Na schön, ruhen wir uns aus. Schneller! Sie kommen immer näher! Ubi hat sich den Fuß verletzt. Oh, sie haben uns übersehen. Da haben wir Glück gehabt. Sie haben bestimmt gehört, wie du nach Spike gerufen hast. Ihr hättet auf mich hören sollen. Warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Schhh! Sie kommen wieder zurück. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hierher! Ja! Hier lang! Worauf wartet ihr denn noch? Oh, nein! Wo sind wir hier? Ja! In Sicherheit bedankt euch später! Mir nach! Ich bin Skip! Ich hab gesehen, wie euch die beiden Hohlköpfe verfolgt haben. Ich kann die Typen nicht ausstehen. Mein ganzes Leben lang renne ich vor denen weg. Ähm, lebst du hier mit deiner Familie? Ich hab keine Familie. Weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Rotklaue hat sich schon vor langer Zeit erwischt. Zumindest glaub ich das. Die haben gemerkt, dass sie euch verloren haben. Hier lang! Kralle und Klaue, die suchen uns immer noch. Die werden euch nicht finden. Niemand kennt das geheimnisvolle Jenseits so wie ich. Kennst du vielleicht die Felshöhle in der Nähe vom zerklüfteten Tal? Die Felshöhle? Los, schnell! Kommt mit! Uff! Der bewegt sich noch schneller, als er redet. Nix! Was sagst du jetzt? Das zerklüftete Tal? Da ist die Felshöhle! Oh, ich danke dir, Sköp! Sag ich doch! Ich kenn mich hier aus! Kommst du nicht mit uns mit? Ich bin schneller, wenn ich allein bin. Und ich muss noch viel erledigen. Hab viel vor. Zurück jetzt in die Richtung. Alles klar. Danke, Skipp. Oh ja, die Felshöhle! So hatte ich sie in Erinnerung! Wow! Ist ganz nett hier! Jap, jap, jap! Aber, wo ist meine Familie? Habt ihr sie gesehen? Nein, nein, nein! Warum sind sie nicht hier? Was war das? Ruby, bist du das Kind? Ich bin es, oh ja! Ruby? Unsere Ruby! Sie ist es wirklich! Wir hatten nicht erwartet, dass hier jemand ist. Vor allen Dingen nicht du, meine kleine Ruby. Aber wir sind froh, dass du da bist. Ich bin auch ganz doll froh, dass ihr da seid. Ach, Ruby. Ich freue mich so, dich zu sehen, meine Kleine. Aber du hättest nicht herkommen sollen. Das ist zu gefährlich. Das haben meine Freunde auch gesagt. Aber sie sind trotzdem mitgekommen. Das sind sie, ganz ohne Frage. Sie müssen dich wohl sehr ins Herz geschlossen haben. Ja. Es ist fast so, als... Als wären sie auch meine Familie. Ja, ja, ja. Wir sind eine große Talfamilie. Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Vielen Dank, Ducky. Tschau. Spike. Jetzt weiß ich, dass es euch gut geht und kann wieder zurückgehen. Ich muss Jomper helfen, herauszufinden, wie man das geheimnisvolle Jenseits vor Rotklaue beschützen kann. Wir werden hier immer für dich da sein, Ruby. Ja, ich weiß. Ich bin wieder da, wenn ich zurückkehre. Seht euch mal die an. Die sehen irgendwie anders aus. Das sieht nicht gut aus. Feuer! Was ist das? Es brennt! Hier lang! Aber zum großen Fall geht es da lang! Da vorn, das ist doch Skip! Skip! Skip, hey, hierher! Er kann nicht sehen, wir müssen ihm helfen! Skip! Sie haben es geschafft! Was? Ihr? Ich dachte, ich wäre ganz allein. Du warst nur allein, bis wir gekommen sind. Danke, ich... Oh nein! Schnell, Freunde, hier lang! Schnell, Freunde, hier lang! Hier! Mir helft euch deswegen hier! Schnell! Mehr Weg zu sicherem Platz gesät! Großvater Langhals? Auf mit euch! Na komm, Skip! Du auch! Ich hab dich! Ich hab dich! Und hoch geht's! Ihr seid gerettet! Mitlefurt! Petri! Zera! Wir haben uns Sorgen um euch gemacht! Deswegen sind wir euch gefolgt! Ich wusste, wir finden euch nie, wenn wir nicht hier raufsteigen! Wer euch gefindet, aber dann fängte die Feuer an! Habt keine Angst! Wir kehren zurück, sobald das Feuer nachgelassen hat! Na also! Das Feuer ist schneller gelöscht, als ich dachte! Für ein Glück sieht das Feuer schnell aus! Toll! Hurra! Skip! Du bist im großen Tal herzlich willkommen! Jap, jap, jap! Ach, meinst du wirklich? Ich meine, ich hab keine Familie, bei der ich bleiben kann! Glaub mir, Skip! Im großen Tal zu leben ist, als ob man mit einer großen Familie zusammenlebt! Ich hab keine Angst! Und zu, dann rein! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Untertitelung des ZDF, 2020